hallo ihr fabelhaften stiergeborenen und stier aszendenten ganz herzlich willkommen zu eurem monatshoroskop liebe und leben im mai mit eurer astrologin antonia langsdorf und herzlichen glückwunsch für alle von euch die jetzt im mai geburtstag haben jetzt ist eine gute zeit um euch eine horoskop beratung zu gönnen nicht nur wenn ihr jetzt geburtstag habt sondern auch wegen des kosmischen großereignisses was für euch ansteht für euch beginnt nun eine ganz wichtige neue lebensphase denn erneuerungsplanet uranus macht sich auf seine siebenjährige reise durch euer sternzeichen stier zunächst von mitte mai bis november und ab märz 2019 geht er dann endgültig für die kommenden sieben jahre in den stier er bringt den wunsch nach erneuerung und befreiung sei es beruflich sei es eure wohnsituation sei es eure partnerschaft seien es eure persönlichen herzensprojekte uranus sorgt für neue frische impulse ob ihr das nun als bereichernd oder als störend erlebt hängt davon ab wie ihr euch darauf einlassen wollt im zeichen stier hält man ja gern an dem erreichten und bewährten fest und sträubt sich gegen neue entwicklungen jedenfalls wenn diese plötzlich und abrupt kommen was unter uranus durchaus passieren kann wenn ihr es aber als chance seht auf eurem weg weiterzukommen bringt euch dieser transit aufregende neue möglichkeiten vor allem in den kommenden zweieinhalb jahren solange nämlich saturn noch in einem günstigen aspekt zu uranus und zur stier sonne steht da werdet ihr diese energie nutzen können um konstruktive gute veränderungen auf den weg zu bringen die euch langfristig etwas nützen als erstes spüren die geburtstagskinder vom 20 und 21 april diesen einfluss aber eventuell auch andere stiergeborene wenn sie planeten im bereich dieses aspektes im horoskop haben mehr darüber erfahrt ihr auch in meinem special über uranus im stier das mitte mai online gehen wird oder wir sprechen in einer persönlichen beratung darüber schon im letzten monat hatten wir ja ein kosmisches groß ereignis nämlich den wechsel von chiron ins zeichen witter und falls ihr euch mit den themen heilung und persönlichkeitsentwicklung beschäftigt ist das für euch sehr interessant in meiner verlosung könnt ihr diesen monat eine chiron beratung gewinnen um mehr darüber zu erfahren wie dieser transit sich auf euer persönliches horoskop auswirkt wie das geht das erfahrt ihr am ende des videos also bleibt dran und schaut euch dazu bitte unbedingt auch den zweiten teil meines chiron specials an es heißt entwicklungschancen mit chiron im widder jetzt wollen wir uns die sterne im mai der reihe nach anschauen alles über euren erlebnishintergrund also wie die langfristigen planeten für euch stehen bei denen sich jetzt nichts geändert hat könnt ihr euch in eurem jahreshoroskop video für 2018 noch mal anschauen folgende faktoren haben sich etwas weiter bewegt den kreativ aspekt von lilith empfangen jetzt die geburtstagskinder vom 9 bis 14 mai und jupiter hat sich etwas weiter bewegt und bestrahlt jetzt wieder die geburtstagskinder vom fünften bis elften mai er ist ja rückläufig und zwar aus dem partnerhaus heraus insgesamt gibt es für euch viele positive und substanz bildende aspekte und ihr müsstet mit euren vorhaben gut vorankommen und euch in einem prozess befinden wo ihr für euer weiteres leben ganz bedeutende schritte unternehmt wichtige projekte manifestiert tolle leute kennenlernt und wahrscheinlich sehr beschäftigt seid die sonne steht jetzt in eurem zeichen stier und wenn ihr nicht gerade viel zu tun habt solltet ihr ausgiebig das leben genießen im garten arbeiten oder freunde einladen eure herrscherin die venus steht zu beginn des monats im zeichen zwillinge das ist günstig für euch denn sie steht dann im zweiten sonnenhaus des geldes wenn ihr lust auf eine shopping tour habt nur zu nur zwischen dem fünften und achten mai da könntet ihr einen fehlkauf tätigen passt da also ein bisschen auf ansonsten sind die aspekte überwiegend positiv für alles was im leben spaß macht ab dem 12 mai deutet sich dann schon an dass die allgemeine reizbarkeit steigt und dann ändert sich die großwetterlage die kosmische spürbar zwischen dem 14 und dem 16 mai wechseln uranus merkur und mars das zeichen und befinden sich dabei in spannung zueinander das spüren besonders die geborenen der ersten dekade wundert euch nicht wenn ihr um die monats mitte herum besonders gereizt zeit oder ihr das verhalten anderer überhaupt nicht nachvollziehen könnt lasst euch nicht verrückt machen diese starke spannung löst sich in wenigen tagen wieder auf trotzdem lohnt es sich in dieser zeit achtsam zu sein und genau hin zu spüren wie diese energie sich anfühlt und was sich da in eurem leben abspielt besonders wenn ihr in den tagen auch geburtstag habt denn dann habt ihr diese aspekte in eurem geburtstags horoskop das ist dann euer persönlicher erlebnishintergrund für die nächsten zwölf monate ihr müsst also damit rechnen dass es in eurem neuen lebensjahr immer mal wieder zu situationen kommt wo andere oder auch ihr selbst sich seltsam und unerwartet verhalten oder sich umstände ergeben durch die ihr aus dem takt gebracht werdet oder wo plötzlich entscheidungen von euch gefordert werden um diese energie zu verstehen könnt ihr den neumond am 15 mai nutzen der findet in eurem zeichen statt auf 24 grad im stier und ihr könnt die neumond meditation nutzen über die dinge nachzudenken die ihr in eurem leben ändern wollt nehmt euch vor neue entwicklungen in eurem leben zu begrüßen und euch dafür zu öffnen denn wenn ihr ängstlich festhaltet dann werdet ihr den uranus transit als eher unangenehm empfinden gerade um die monats mitte herum zeigen sich starke spannungen die euch ein bisschen ängstigen aber der kosmos hat auch viele günstige aspekte für euch bereitgestellt durch die ihr in der lage sein werdet neues in eurem leben zu integrieren ohne dass ihr alles über den haufen werfen müsst ich habe es ja in der kosmischen schwingung schon erwähnt diese spannung zwischen mars und uranus zwischen dem 12 und dem 17 mai bedeutet auch eine erhöhte verletzungsgefahr ja und betroffen davon sind besonders die geburtstagskinder vom 20 bis 22 april und auch alle anderen stiergeborenen die positionen auf 0 bis 2 grad stier haben wenn ihr euch darüber näher informieren wollt könnt ihr zum beispiel an meinem webinar antonias sterne teilnehmen da können wir uns anschauen inwiefern ihr von diesem aspekt betroffen seid ich rate euch auf jeden fall euch nicht hetzen zu lassen und alles in aller ruhe in eurem eigenen tempo zu machen und euch für diese zeit auch nicht zu viel vorzunehmen es versteht sich von selbst dass sie in der zeit nun nicht gerade irgendwelche riskanten vorhaben planen solltet auch nicht beim hausputz auf die leiter steigen oder die regenrinne am dach sauber machen wollen wir müssen uns den mars noch mal genauer anschauen denn der ist ja zeitgleich mit uranus nun in den wassermann gewechselt und steht damit in einer spannung zur stier sonne und außerdem aktiviert er damit auch euer sonnenhaus der karriere das ist nun ein gemischter segen denn das gibt euch einerseits viel schwung für eure beruflichen vorhaben kann aber auch auseinandersetzung mit vorgesetzten anzeigen und der mars wird ja ende juni rückläufig das heißt er bleibt insgesamt rund fünf monate im wassermann und in dieser spannung zur stier sonne es wird also immer mal wieder unruhige zeiten geben darüber halte ich durch euch dann in den monatsvideos auf dem laufenden ihr könnt aber auch noch mal im jahreshoroskop gucken da habe ich die wichtigsten entwicklungen schon zusammengefasst oder ihr könnt es in meinem buch in dem jahreshoroskop buch nachschlagen am 19 mai wechselt die venus ins zeichen krebs hier und das ist sehr günstig für euch und ihr werdet dann bereits einen beruhigenden einfluss empfinden und merken dass alles gar nicht so schlimm ist außerdem haben wir ja den schönen harmonie aspekt zwischen jupiter dem glücksplaneten der in eurem partnerhaus steht und dem romantikplaneten neptun und der steht in eurem freundschaftshaus es wird also gute freunde geben die euch auffangen und wenn ihr in einer glücklichen partnerschaft seid wird euch das ebenfalls stärken singles bringt der jupiter weiterhin gute chancen jemanden kennenzulernen und auch der uranuseinfluss erhöht die wahrscheinlichkeit interessante neue leute zu treffen der merkur im stier wird günstige aspekte zu saturn bilden und das bringt euch ideen und hilft euch eventuelle herausforderungen ganz pragmatisch in angriff zu nehmen und zu lösen am 21 mai um 4 uhr 14 morgens geht dieses jahr die sonne ins zeichen zwillinge und aktiviert dann bei euch das zweite sonnenhaus das ist das geldhaus und das ist ein günstiger einfluss für eure finanziellen projekte zwischen dem 24 und 27 müsst ihr noch mal auf euer geld aufpassen und vielleicht auch eure wertvorstellungen verteidigen danach haben wir bis zum ende des monats vorteilhafte aspekte zu vollmond am 29 baut sich ein großes harmoniedreieck auf der vollmond selber findet statt in den zeichen zwillinge und schütze und dieses harmoniedreieck ist ja hier neptun und jupiter und am nächsten tag wird das dann mit der venus hier verfolgt ständig und das steht alles günstig zur stier sonne und dieser aspekt versorgt euch mit schönen liebesimpulsen aber auch unterstützt euch aber auch beim manifestieren und der merkur geht am 30 in die zwillinge dann auch in euer geldhaus und alle diese aspekte sind günstig und wirken weiter bis in die erste juni woche hinein das waren eure konstellationen im mai wenn ihr mehr über euer persönliches horoskop wissen wollt zum beispiel wie sich eine liebessituation für euch entwickelt dann könnt ihr euch gern für eine beratung an mich wenden alle infos dazu findet ihr auf der infokarte hier und in der video beschreibung mein nächstes webinar antonias sterne ist am freitag den elften mai um 17 uhr dabei kann mir jeder eine frage zum horoskop stellen das könnt ihr zum beispiel auch nutzen um zu erfahren welchen einfluss von chiron oder uranus ihr gerade erlebt mein chiron video hat ein riesen echo ausgelöst das ist für ganz viele ein großes thema chiron als inneren heiler zu entdecken deshalb biete ich euch einen neuen zweiteiligen workshop an mit dem titel entwicklungschancen mit chiron im widder und zwar am donnerstag den 17 mai um 18 30 und am freitag den 18 mai um 17 uhr und dazu gibt es auch ein geschenk mehr darüber erfahrt ihr im zweiten teil meines chiron specials in meiner verlosung gibt es diesmal eine chiron beratung bei mir zu gewinnen darin erfahrt ihr alles darüber wie ihr mit chiron zur heilung und persönlichkeitsentwicklung finden könnt und so nehmt ihr eine verlosung teil postet mir hier einen netten kommentar und abonniert meinen kanal und ich freue mich auch riesig wenn ihr meine videos teilt so dass sich auch eure freunde über die botschaften der sterne informieren können also einfach hier klicken und abonnieren dann seid ihr bei der verlosung dabei schaut euch jetzt auch den zweiten teil meines specials über chiron an entwicklungschancen mit chiron im widder und falls ihr sie noch nicht gesehen habt empfehle ich euch auch meine specials über saturn und lilith im steinbock ich wünsche euch alles gute mit den sternen